Was sind für Sie aktuell die drei wichtigsten landespolitischen Themen? Ich habe ja Ihre Fragen im Vorfeld schon bekommen und fand das, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen merkwürdig. Ich könnte jetzt Ihnen die Fragen beantworten, aber ich habe mit mehreren Leuten gesprochen und habe die darauf hingewiesen, dass es so etwas gibt im Internet. Es hat sich noch niemand angeguckt. Vielleicht guckt jetzt jemand das an, weil zu sagen, da war ein AfD-Politiker, der ist nicht auf die Fragen eingegangen. Der hat einfach gesagt, was er denkt. Welche Probleme in der Bildungspolitik wollen Sie wie lösen? Das erste Problem der Bildungspolitik finde ich, dass wir Fridays for Future, das finde ich, das schlimmste Problem, was wir momentan haben in der Bildungspolitik. Im Falle einer Koalitionsbeteiligung, welche Partei wäre Ihr Lieblingspartner? Wir warten mal die Wahlen ab und wer dann unter einer siegreichen AfD sich unterordnet und mit uns koalieren möchte. Schauen wir mal. Was schlagen Sie vor, um Wohnungsknappheit und steigende Mieten in größeren Städten zu bekämpfen? Es gibt kein Anrecht oder Anspruch darauf, in Innenstädten zu wohnen. Was wollen Sie für den Klimaschutz tun? Auf Energien setzen, die Energien der Zukunft sind. Das ist für uns Kernenergie, das ist für uns auch Kohle. Die Windkraft ist naturzerstörend und ist nicht in der Lage, die permanente Versorgung mit Strom zu gewährleisten. Auf welche Energieträger soll Sachsen also künftig setzen? Auf Kohle und Kernenergie. Was wollen Sie für die Kultur in Sachsen tun? Indem wir Bach und Brahms fördern. Schrottbusse gehören nicht dazu. Haben Sie eine Idee, um das Image von Sachsen zu verbessern? Das Image von Sachsen ist hervorragend. Das sehen leider ein paar Medien anders. Welche Probleme in der Bildungspolitik wollen Sie wie lösen? Und die ganze Sache mit dem Genderismus und mit der Freesexualisierung muss weg. Und ansonsten gelten diese Dinge eigentlich auch für nicht nur die Bildung, sondern auch die Berufsausbildung und für die Wissenschaft und die Hochschulen. Im Fall einer Koalitionsbeteiligung, welche Partei wäre Ihr Lieblingspartner? Ja, gar keine. Nein, gar keine. Aber die